Wir müssen jetzt in der wenigen Zeit, die wir noch haben, wir müssen den direkten Weg gehen. Wir müssen den direkten Weg gehen in die Regierungspolitiker. Björn hat sowas anklingen lassen, wir können aber nicht mit einer konservativen Regierung rechnen. Wir dürfen nicht vergessen, wir können vielleicht auch Rot-Grün irgendwas Regierung bekommen. Vergesst auch diese Leute nicht. Wen ihr kennt in eurem Wahlkreis, geht direkt an die Politiker. Wir müssen direkt an die Leute rankommen. Sei es auch erstmal über den Zwischenschritt, irgendjemand anders in der Partei. Die Leute müssen überzeugt werden jetzt auf dem direkten Wege über die Parteien, dass die ihren Leuten sagen, die dann in die Regierungsverantwortung kommen, da müssen die Argumente hin, da müssen unsere Argumente hin. Also wir wollen im Prinzip eigentlich, dass ein neuer Klimaheld da entsteht. Ob das in Gröna ist, in SPDler, in CDUler, in CSUler, in FDPler, völlig wurscht. Wir brauchen jetzt so einen Klimaheld. Und da versuchen jetzt einige in einigen Parteien, da die Hebel in Bewegung zu setzen. Also macht gerne mit, alles ist jetzt hilfreich. Und es kann ein Kontakt sein, der dann den Erfolg nochmal bringt.